Jetzt gehen wir mal zu Erwachsenen. Und ich verstehe, warum Germaine Greer bat, dass man alle Bissenhalter verbrennt. Viele Probleme davon kommen in den Schultern, in der Armbewegung und auch Gefühllosigkeit in der Rückenmitte. Und das kann nur verursacht werden durch die Wahl unseres Bissenhalters. Jetzt können Sie, jetzt können Sie, ich schaue nicht auf die Brüste. Aber was ich gerne möchte, ist, dass Sie hier ein Gesicht für mich schlagen. Aber was ich gerne schauen möchte, ist mal schauen, wie der Arm hochkommt. Ganz langsam an der Seite hoch. Und da hat sie ein Problem. Und wenn man schaut, dann hat sie einen Träger, der genau einen kleinen Clip hat, der hier oben ist. Genau da, wo der Finger auch auf dem Bild ist. Stimmt das? Yes. X-ray vision. Er hat Röntgen, Augen. Ich möchte das ein bisschen versetzen. Mach einen kleinen, einfachen Griff. Lass das ein bisschen einwirken. Und jetzt bitte bitte, dass du dein Arm hochkommt, wie du jetzt kannst, bitte. Das ist anders. Ja. Und alles, was das verursacht hat, ist dieser kleine Clip der Bade. Genau da. Thank you. Thank you. So, purely by this little clip up on the top. Nur durch diesen kleinen Clip oben. And irritating up in the top of the shoulder. Und das irritiert die ganze obere Schulter. It starts to restrict the arm lift of the individual with that clip. Dann schränkt es auch die Armbewegung ein. And because no two shoulders are the same, it is not same on the other side. Und weil wir nicht die gleichen Schultern links, rechts haben, so kann es auch meistens nur an einer Seite das Problem auslösen. Andere Probleme können geschaffen werden durch die Haken hinten am Rücken. The flap has been softened and exposed the clips underneath. Der Stoff hat sich versetzt und somit sitzen die Clips genau auf der Haut. Und das löst dann einen Juckreiz oder eine Gefühllosigkeit aus, genau in der Mitte, meistens eher zu einer Seite des Rückens. Und das ist auch dieselbe Höhe, wo die Stuhlränder sind, oben. Und wenn wir uns schön nach hinten lehnen, irritiert es genau auf dem Punkt der Haken, was dann wieder Verspannung und Entzündung, oder? Simple answer, put a little sleeve underneath it so it doesn't rub. Die Lösung dazu ist, einen kleinen Stoffschlauch einsetzen, damit die Haken nicht direkt auf der Haut sitzen. When I was a very young boy, I used to think my grandmother had a very runny nose. Als ich ein junger Bub war, habe ich immer gedacht, dass meine Großmutter immer eine Schnupfnase hatte. Sie stoppte immer ein Taschentuch unter beide Bistenhalterträger. Und jetzt weiß ich, dass sie sehr gescheit war. Sie hat sich selbst ein Kissen geschaffen, damit es nicht auf der Schulter irritiert. Dieser Sportbistenhalter hat diese Clips nicht und irritiert so auch nicht. Der Teil an der Seite des Bistenhalters kann auch einschneiden und einen Muskel einschränken, der euch wieder Verspannungen verursacht, zum Beispiel beim Wäsche aufhängen. Da ist kein Einschneiden, schön flass ansitzen und schränkt so die Bewegung nicht ein. Wenn dieser einschneidet an der Seite, dann kann man auch Rückenschmerzen kriegen, bis unten an die Hüfte. Was diese Probleme schaffen kann. Sorry, it's in English. Es ist auf Englisch geschrieben natürlich. Arm lift and underarm drag. Also eine Einschränkung im Arm anheben, aber auch ein Ziehen bis in den Arm runter. Schulterreinschränkung und auch in der Drehung. Rückenschmerzen. Das Nachhinten greifen, eine Einschränkung da. Atembeschwerden und auch Rückenkrämpfe. Here are the culprits. This one up here. Das sind die Schuldigen dazu. Arm lift. Das ist für das Arm anheben. This one here irritates when you reach forward. Dieser Klipp da irritiert, wenn man nach vorne greifen will. This here breathing difficulty and back cramp. They haken hinten bei Atemproblemen oder eben Rückenkrämpfe. And this one here for reaching back behind you. Und dieser Klipp vorne, wenn man nach hinten greifen will. Let me have a look. Would you like to come out here please? I'd just like you to stand here for me. Stand here for me. And I'm going to get you to put your arms up and just reach back. Nach hinten greifen, so weit es geht. That's the best. Geht das? Okay. If you notice, she does this, pushing her head forward. Wenn ihr seht, wie sie es macht, sie stösst so mit dem Kopf nach vorne, um besser nach hinten zu greifen. Right there is a clip. Da ist der Clip. A thick part of her bra. And I'd say she has it on the others. That catches her. Is this sore in here? Schmerzt das an diesem Punkt? Yes. And if I asked her to put her hand back, both of them for me, this one here is quite restricted. Dieser ist mehr eingeschränkt als der andere. And I'm now going to just release this from that irritation. Relax this for me please. Entspannen bitte. Thank you. And now we're going to see what it has made a difference to in this way. Jetzt, was für einen Unterschied. Wow. Is there any difference? Ist ein Unterschied da? Seht ihr ihn? So I'd say that she has been wearing something that has been restricting or irritating this muscle in the front. Da hat sie was getragen, das vorne diesem Muskel irritiert hat und somit eine Einschränkung verursacht. Der größte Schock ist bei ihren Kindern, wenn sie mal im Auto sitzen, wenn sie Kinder haben. Die wissen immer genau, wie weit sie nach hinten greifen können. Wenn dann dieser Muskel korrigiert ist, geht es ein bisschen weiter. Okay. Heuer insohin. Du... Also vor вок, wenn sie nicht mal, wie weit sie machen können. Aber...